Hallo miteinander, willkommen zu unserer letzten Übung der Reihe Einführung in die Aquarellmalerei. Heute geht es um mehr Kontrolle beim Farbauftrag und darum, wie man Transparenz erzeugt. Bevor wir mit unserer heutigen Übung beginnen, müssen wir unser Aquarellpapier etwas anders vorbereiten. Wir arbeiten heute nämlich ohne Masking Tape. Ich lege mit dem Bleistift eine Vorzeichnung für sechs Felder an, die ich ausmalen möchte. Meine Bleistiftvorzeichnung ist sehr zart, damit ich sie nach dem Malen wieder ausradieren kann. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Ziel ist es bei dieser Übung, mit der gleichen Farbe sechs unterschiedliche Tonwerte zu erzeugen. Das bedeutet, dass ich die gleiche Farbe sechsmal unterschiedlich kräftig auftragen muss. Von einer Mischung mit vielen Farbpigmenten hin zu einer Mischung von viel Wasser mit sehr wenig Pigmenten. Ich habe mir vorgenommen, mit dunkel anzufangen und dann immer heller zu werden. Nun kümmere ich mich erstmal um einen sauberen und möglichst gleichmäßigen Farbauftrag. Ich arbeite erstmal nass auf trocken. Weil ich beim Malen, wie wir alle wissen, noch recht unsicher bin, ziehe ich erstmal vorsichtig und sauber die Kanten. Die Binnenflächen male ich etwas zügiger aus. Wenn ich zwischendurch merke, dass ich beim Malen allzu krasse Verrenkungen mit meiner Hand machen muss, um an eine bestimmte Stelle zu kommen, dann drehe ich natürlich mein Blatt. Viel angenehmer. Allerdings stelle ich fest, dass das ja mein dunkles Feld sein soll. Jetzt ist es aber noch nicht wirklich dunkel. Also mehr Farbe drauf. Jetzt entstehen dadurch zwei Probleme. Zum einen bringe ich notgedrungen noch mehr Wasser ins Spiel. Zum anderen checke ich jetzt so langsam nicht mehr, wo wie viel Farbe ist. Daher lasse ich das Ganze jetzt lieber erstmal trocknen und kümmere mich um meine zweite Tonstufe. Für diese nehme ich, wie ihr sehen könnt, nicht ganz so viel von dem Farbpigment auf. Das führt dazu, dass diese Stufe transparenter und da der Untergrund ja weiß ist, deshalb heller erscheint. Ich habe auch hier wieder mit etwas zu viel Wasser gemalt. Das kann man dadurch erkennen, dass sich solche Pfützen auf der Oberfläche bilden. Die müssen weg. Bereits im vorhergehenden Video der Reihe habe ich euch gezeigt, wie man Farbansammlungen abtragen kann. Und zwar mit Hilfe eines trockenen Pinsels. Jetzt achtet darauf, dass euer Pinsel sauber ist, wascht ihn wenn nötig aus, tupft ihn richtig trocken und dann lässt sich damit die überschüssige Farbe von der Papieroberfläche absaugen. Dadurch wird natürlich eure Oberfläche erst einmal fleckig, weil hier auch Farbpigmente mit abgetragen werden. Im Anschluss müsst ihr euch also nochmal um eine gleichmäßige Verteilung eurer Pigmente auf eurer Farbfläche kümmern. Diese Vorgehensweise wiederholt ihr nun auf jeder Stufe. Wobei ihr versucht, eure Farbe mit jeder Stufe immer heller anzumischen. Sollten dabei mal zu viel Pigmente auf eurer Farbfläche landen, dann könnt ihr diese ebenfalls mittels eines trockenen Pinsels abtragen. Aquarellfarben bieten euch mit etwas Übungen ein ziemlich hohes Maß an Kontrolle. Für die ganz hellen Bereiche ändere ich jetzt ein bisschen was an meiner Maltechnik. Ich benetze erstmal das komplette Feld mit meinem Auswaschwasser. In diesem sind nämlich mittlerweile auch schon einige Pigmente meiner Farbe gelöst. Da mir das noch zu hell ist, gebe ich wieder etwas Farbe hinzu. Das erweist sich wieder als unpraktisch, weil ich jetzt wieder gegen diese Flecken ankommen muss. Außerdem wird so langsam ein weiteres Problem meiner Arbeit sichtbar. Die gerade gemalte Stufe unterscheidet sich in ihrem Tonwert nicht wesentlich von der vorhergehenden. Ich trage also vorsichtshalber bei der nächsten Stufe erstmal nur mein Abwaschwasser auf. Das mache ich aus folgendem Grund. Eine Farbtonstufe dunkler malen geht irgendwie immer. Sie aber heller zu bekommen, ist nachträglich problematisch. Mein Abwaschwasser ist ja mittlerweile nichts anderes als eine sehr stark verdünnte Variante meiner Farbe. Es bietet sich also an, die hellste Stufe einfach mit diesem Wasser zu malen. So, und jetzt kann ich mir erstmal in Ruhe angucken, was ich da eigentlich praktiziert habe. Eigentlich wäre es ja ganz nützlich gewesen, vorab das Ganze ein wenig zu planen oder zumindest auszuprobieren. Auf einer Art Skizzenzettel. Hier hätte ich die Tonstufen schon mal im kleinen Format anmischen können, ohne gleich große Flächen füllen zu müssen, die dann eventuell auch noch falsch sind. Also, ein kleiner Tipp. Vorher erstmal ein Skizzenblatt anlegen. Das kommt nun leider zu spät. Nun muss ich also nachträglich die Tonwerte ein bisschen ändern. Dazu warte ich erstmal, bis alle Farben trocken sind. Und dann trage ich auf den Tonstufen, bei denen ich es als nötig empfinde, eine weitere Schicht Farbe auf, um sie etwas dunkler zu machen. Das, was ich hier mache, sieht jetzt auf den ersten Blick ziemlich rabiat aus. Das liegt aber mitunter auch daran, dass jetzt das Wasser noch zusätzlich für eine Abdunklung sorgt. Insgesamt versuche ich, die Tonwerte so anzulegen, dass sich die Stufen deutlich, aber untereinander gleichmäßig voneinander unterscheiden. Vor allem in den dunklen Bereichen erkennt ihr das meistens erst am besten, wenn euer Papier getrocknet ist. Die größten Schwierigkeiten werdet ihr mit den mittleren Tonwerten haben. Startet deshalb vielleicht erst mit vier bis fünf Feldern und nehmt später weitere hinzu. Wenn euer Blatt richtig durchgetrocknet ist, dann könnt ihr die Vorzeichnung ausradieren. Und fertig ist die nächste Technikübung. Ihr übt hierbei sowohl das Anmischen einzelner Farben als auch das Erzeugen unterschiedlicher Tonwerte. Und schließlich lernt ihr in allen drei dieser Grundlagenvideos einen kontrollierten Farbauftrag. Das war auch schon die letzte Folge der Reihe Aquarellmalerei – einfache Übungen für Anfänger. Schaut euch auf jeden Fall auch die anderen beiden Grundlagenvideos an und probiert die Übungen aus. Bei Problemen findet ihr wie immer auch ein extra Hilfe-Video dazu. Lasst mir ein Like da, falls sich das Ganze geholfen hat. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.